Schöner Steilpass, da ist die Chance, die Riesenchance, er hat Tornummer 3, unfassbar, Wahnsinn, seine Form, der trifft nach Belieben, tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Hier kommt nochmal das Tor, so ist das Ganze entstanden, erst spielen sie diesen Pass und hier sehen wir, wer die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen.